Schoffe, äh, wir haben da letztens den großen Bruder gekillt. Können wir noch mehr Sachen aufsammeln? Irgendwie Schild, oder? Ungewöhnliche Ausrüstung. Überschild. Schild und Überschild. Okay, das will ich gar nicht wissen, aber wir sind ja hier, um was zu machen. Hm. Auf der einen Seite wäre es echt schade, die ganzen Scherken aus dem Eis zu befreien. Andererseits ist es nicht gerade schön zu erfrieren. Zerstört diese Kühleinheiten. Achso. Sehe ich raus, als hätte ich Angst. Das sind so Kühleinheiten, oder? Äh, was ist denn jetzt wieder, Freunde? Überall gibt's hier Gespenster, oder was? Ich glaub's ja nicht. In 10 Sekunden. In 10 Sekunden. Einen haben wir. Okay. Ich kann das nicht, ich kann das nicht in einer halben Minute machen, Freunde. Das geht doch nicht. Ich bin am, 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 am Ratz hier. Ich bin nicht so gut. Ich muss mich doch zurückziehen, dass ich hier was reißen kann. Weg, 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 du Arsch. So, der Nächsten kommt an. Aber ich triff den nicht mal. Guck mal an. Das geht nicht, das geht nicht. Ich kann nicht so schnell hier was rumreißen. Das geht nicht. Herausforderung, bescheidert, logisch. Ich bin da nicht so gut. Was denken die von mir, die Freunde? Ich bin da ein Einsteiger hier. Ich wüsste nicht genau, wo ich bin. Ich warte hier, bis jemand kommt. Und wenn jemand kommt, dann ist er tot. Schöne Texturen. Sehr schön sogar. Ich hiel mich jetzt so langsam, aber sicher ein bisschen hoch. Ich bin da ja lange hier. Die Freunde hier haben wir sehr schön. Die ballern hier die ganze Zeit auf. Oh, verdammt. Ach, guck mal. Ja, hier kommen wir auch zerstören. Das haben eh so Schutzschickabucke gemacht. Unsere Herren wollen jetzt wieder was haben, oder was? Hä? Wir brauchen 10 Jahre, bis wir hier was haben, oder was? Ich habe so schön zwischen, also in die zwei geschossen, aber irgendwie wird das ja nichts. Freunde, nein! Nein! Sehr schön. Ah, Punkte, Punkte zum Sammeln. Weg, 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 weg. Hallo? Um dich wird keiner trauern. Sieben? Schon. Und ich kann es noch nie. Und ich kann es immer noch nicht. Erhöht die Höhe von Thorns Sprünge. Mal auf Präzision, dann gehen wir auch auf die Dinger. Ich bin eher der hier mit dem Bogen ein bisschen rumhantieren. Oh, dann gehen wir es daneben. Was? Immun. Immun. Na gut. Oh, gegen den möchte ich nicht antreten. Gut, ich glaube das... Vielleicht diese Kühleinheiten ausschalten. Nö, das sind sie nicht. Aber gut zu wissen. Bis dann. Sehr schön. Temper Boost. Verdammt. Wie müssen die ausschalten? Nur mal so getragen. Hey Glees, glaubst du wirklich, dein naiver Optimismus kann dich von dem bewahren, was auf euch zukommt? Ja. Es ist zwar etwas komplizierter, aber... Denn das kann er nicht. Wir rasen auf eine ewige Dunkelheit zu. Das Universum ist ein Witz. Und der Algorithmus ist die grandiose Pointe, die uns aus diesem unendlichen, idiotischen, kosmischen Albtraum befreit. Oh, das ist... schön. Hä, was war das jetzt wieder? Wieso sind wir denn gestorben? Weil wir zu nahe an dem Eis waren? Weil wir so gekuschelt haben? Schade aber. Was sind denn die Eichenmaschinen? Oh, verdammt. Ah, Freunde. Tschüss, das war's mit uns. Weg da, du Arschgeige. Zweite Geige. Komm, da kommt die auf uns zu, ne? Das ist ja nicht so, dass wir hier... Ach, du Scheiße. Was? Das war jetzt schön einer da, aber nein. Ah, okay. Sehr gut. Heilung. Machen wir immer wieder. Er wird hier vielleicht doch zugrunde gehen. Sehr gut. Und wie dürfen wir die abschalten? Irgendwie so, aber äh... Hä? Das geht da lang, oder was? Bin ziemlich unsicher hier, was wir machen sollen. Aber na gut. Wir müssen irgendwie da hinein. Guck mal, aber ich habe keine Ahnung jetzt gerade wie und... Ah, hallo? Nein. Lass das. Freunde, lass das. Lass das. Hm. Ach, nein, das ist doch so'n Ding. Ah, meine Güte. Die, 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 die... Ja, lass mal hier mal. Bleh. Hey. Wieso kommen wir jetzt hier rein und vorhin waren wir hier... Oder was? Wir haben die automatische Lüftungsfunktion ausgelöst. Durch die Schächte, bevor sie wieder zugehen. Ach so? Uh. Mal ganz schnell hier kurz durch, oder wat? Ja, können wir hier aber bestimmt auch ein paar Sachen machen. Ach, hier durch. Okay. Okay. Und dann runter. Bohrer? Hat jemand was von Bohren gesagt? Oh. Äh, Freunde? Ich glaube, wir haben hier ein bisschen Probleme. Was? Ah, das ist so'n riesen Ding. Oh. Ich hab, glaube ich, es ist aktuell für mich wieder Zeit, äh, für Pollen und Co. Was soll das wieder sein? Oh, da ist was richtig Fieses da unten bei euch. Ich bin nicht sicher, was das ist. Aber es ist groß. Es ist riesig. Und es ist wütend. Es ist... Was auch immer das ist. Ich glaube, das gehört euch. Ähm, was soll das? Hä, wie haben wir denn jetzt... ...zuwunder geprescht? Ah, da ist so verdammt arschig auf die Dinger. Okay. Und nun sind wir dran. Das ist nicht so groß, wie man meint. Das verfluchte Ding regeneriert sich. Schnell. Erledigt seine Handlanger, bevor er zurückkommt. Das ist immun gegen alle die Kackviecher hier. Ich glaube, das Ding ist wirklich alles immun. Schöne Grüße ins Jenseits. Was? Wieso ist das Ding immun? Genug davon. Alles immun. Oh nein. Tut mir leid. Oh oh. Ach schön. Was ist jetzt los? Die sind so gierig drauf, dass wir hier... Kriegt nichts. Ah, wir brauchen wieder die Dingens. Ah, uh. Was, der geht nicht runter? Ah doch, uh. Geile Scheiße. Super. Okay, irgendwie hat der Typ nur... ...eine gute Sache. Okay. Nämlich Probleme mit unserem, ähm, ja, Dingens. Das wieder. Immun. Das ist gegen unsere Schüsse eigentlich immun, ne? Genau. Wir freuen uns noch drei Sekunden. Und dann geht's wieder. Das verfluchte Ding regeneriert sich. Schnell. Erledigt seine Handlanger, bevor er zurückkommt. Wie pörig. Dann gibt's auch noch jemand. Was? Ist das... Ist das unsere? Nee, noch nicht. Hallo? Der geht doch zugrunde, ne? Du gehst doch an den Arsch. So. Boah. Oh. Oh, wir haben auch nur ganz begrenzt leben. Seid ich gerade. Ja, hab ich gemerkt. Aber das geht irgendwie grad nicht. Ist irgendwie alles immun. Oh, wir haben auch noch eine gewisse Vor- und Anlässigkeit. Oh, wir haben auch noch ein paar Probleme, der Herr. Nicht mit mir. Oh. 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 Ich schaue, wie viel Zeit wir überhaupt nicht verfügen haben. Null. Ich bin doch nicht Chris, du doofi. Ja, ich glaube von mir. Nein. Ich hoffe, ihr könnt nach der Nummer noch kämpfen. Ihr seid nah am Magnus-Kern. Beendet, was das LLC nicht konnte. Zerstört den Magnus-Bastard. Ok. Du wirst besser weggelaufen. Jetzt geh doch mal, ihr Arschgesicht, geh mal sterben. Alle sterben, einfach nur sterben. Die Erde selbst erhebt sich gegen euch. Boah, das ist nicht normal. Das ist ausgelöst, ohne Probleme. Immer noch, du Arschgesicht. Ich hoffe, wir sind hier durch. Ich hoffe, wir sind hier durch. Ich hoffe, wir sind hier durch, habe ich gesagt. Bis dann. Oh, wir haben hier eine Fähigkeit. Ähm. Erhöht effektive Dauer der Pest-Hochs. Auf größte Distanz eingesetzt werden. 100% Wirkt Distanz. Doppelt so weit? Oder? Oh. Was ist denn hier los? Freunde? Nein, nein, nein. Weg, 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 weg. Oh, Leben. Sehr gut. Ach, du Arschgesicht, mach mir nicht so Angst. Ja, hörst du. Ich glaube, der wird sich noch wundern, wenn er bevor... Nein, da steht nicht mehr so lange auf. Von wo werde ich noch angegriffen? Hä? Von oben? Ach da. Du wirst besser weggelaufen. Ach, weglaufen? Da steht hier, glaube ich, nicht zur Option. Was ist denn das hier? Ach, Cridus. Das ist natürlich Echtwährung. Was denn sonst? Und nun geht es hier weiter, oder wie? Viel zu dürr, die Dame. Aber na gut. Puh. Und wohin jetzt? In die Eiswüste. Kontrollpunkt, oder was ist es hier? Es geht nie wieder ab. Freunde, ich hoffe... Das funktioniert noch richtig. Oh, ich sag mal. Ich hab' ehrlich gesagt, ein bisschen Angst. Ach, die Dinger. Oder was? Zerstörme, die Damen und Herren. Ich hab' ich das oder was? Ah, okay. Oh, Freunde. Da sind sie irgendwie tot. Ich hab' ich keine Mut. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh. Oooo-joo-joo-joo-joo-joo. Ah, ob ich gucke mir ab. Was? Köln schiebt ihn von oben besiegen? Euer hässlicher Anblick steht vor der unmittelbaren Abslöschung. Oh, wir sind gerade bei ihm gelandet. Natürlich, das ist genau das, was ich wollte. Oh, Freunde. Der ist hier ganz bestimmt angeschossen. Der ist ganz kacke, der ist ganz kacke. Nun? Was macht er denn? Hä? Ich bekreif das irgendwie gerade nicht. Wieso? Warum? Weck. Weg. 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 Weg! Weg. Weg. Wie eigentlich immer aber das sehen wir hier niemals. Weg 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 So, weg, 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 du Arschgesicht, weg, du Arschgesicht, weg, weg, du Arschgesicht. Was, Arschgeigen? Ich glaube eher nicht. Wieso denn? Ach, benötige ich gar nicht. So, Freunde, haben wir hier wieder einen Kern kennengelernt. Ja, zieh mich runter, geht heute. Oh, jetzt heißt es weg. Ansonsten hier gerade Fischfutter. Oder noch schlimmer. Weg, weg, weg. Boah, verdammt, das sieht aus, als würde ich hier gerade scherben. Irgendwie runter oder so. Fliegen. Das will ich hier irgendwie nicht. Okay, weg, du Arsch. Weg, du, weg, du, weg, du, weg, du, weg. Wir sind hier fast. Ich glaube jetzt fast wieder orange und rot und zimperlich und kackt. Schön haben wir aus hier. Ich glaube, ich werde mal hier kurz verschwinden. Was ist denn hier los? Ah, du bist doch so ein Hampel hier aber auch. Na gut, das Päuschen kannst du auch sparen. Ah, du heiligemacht wieder. Ähm. Ähm. Wie jetzt? Können wir nichts anhabern? Ah. Huiuiuiui. Freunde? Ich glaube, er hat seine Probleme, seine Tage bekommen. Hä? Ich hab mich gerade besiegt. Ich hab den gerade besiegt. Der kann gar nicht kommen. Der ist ja tot. Oh. Ich bin schon abgeschlossen. Okay. Gut zu wissen. 30.000 Mal gestorben, aber sonst geht's uns gut. Scheiße.